Was sind jetzt die K-Felder? Achso, es gibt gar keinen Stern kaufen mehr. Ich würde an deiner Stelle jetzt einen langsamen Bonbon nehmen. Damit du nicht zum Bowser kommst. Und vielleicht da unten in der Mitte. Da kannst du ja zählen. Eins, zwei... Du solltest keine vier kriegen. Wieso riechst du so gut? Würfel links. Ich würde es auch zocken. Jako, zocken wir zusammen? Bitte, einer an der Maus und einer an der Tastatur. Ja, geil, Alter. Ich muss mir ja mal eure Krankenkonstruktionen suchen. Hier, das ist das Beste von allem. Die Kamera steht da drauf. Ja, und das ist vorhin die Captur-Ding jetzt da ablögt. Mach mal das 8-Bit-Bit-Bit. Münzen erscheinen aus dem Nichts. Auf jedem Feld erhältst du 3 München. Boah. Das heißt, du musst das machen, ich muss nur filmen. Geil, Alter. Ich bin echt fies fasziniert. Oh nein, leider muss uns Giant Stella verlassen, aber er lässt noch 11 Euro verlassen müssen. So, denk dran. Jetzt wird gesungen in dem Lied. Gesungen? Gesungen. Also wir dürfen uns einfach, die Aufgabe war, sich nur noch dringend zu verständigen. Okay. Alle gegen Waluigi. Regeln. Erstmal regeln. Ein Spieler versucht die beiden Ziele auf den Flugzeugen der anderen Spieler zu treffen. Okay. Also wir haben jeweils Steuerung. Achso, das bist du. In alle Richtungen fliegen und auch in alle Richtungen schießen. Und wir können nur in alle Richtungen fliegen. Da fällt mir eigentlich noch ein Sohn, aber jetzt bleiben wir jetzt schon mal im Turnier. High way to the danger zone. Achso, dann wird er alle gleich bleiben. Achso, wir müssen übrigens alles liken. Du kannst dich treffen, du kannst dich zählen. Da ist endlich ein Ausdruck. Ich bin der Gruste. Ich bin der Gruste. Du hast doch keinen Plan. Geben weg. Geben weg. Du hast keine Planung. Du hast einen Scheiß. Können wir jetzt mehr singen? Er kann nicht zählen. Er kann nicht zählen. Oh, dein Aiding ist für den Arsch. Oh, jetzt hab ich euch. Jetzt hab ich euch. Ich denkst du niemals. Ey, können wir bitte nicht alle. Nein. Er hat ein Ziel von mir. Oh nein. Von mir hat er auch eins. Ich kann mich niemals. Ja. Oh Gott. Ich nach links. Ich nach links. So nach rechts. Nach rechts. Nach rechts. Nach rechts. Nach rechts. Nach rechts. Warte darauf. You just got pulled FTW. Now you're dead. You're dead. Cause we killed you. We took you by surprise. Blah, blah, blah. We just saw you rot. Secrets Green. Oh, geil. Secrets Green. Nanananananana. Secrets Green. Secrets Green. Magst du ja auch mal machen. Secrets Green. Magst du auch mal machen. Spiel. Verliert. Mal sehen. Habt ihr das Wein Video gesehen? Mit der Rollen, die dem McFlurry isst? Und dem Typen, der dann ganz schnell bremst, während sie den Löffel im Mund hat. Das sieht dann etwa so aus. Er guckt so in die Kamera, geht dann voll auf die Bremse, sie macht gerade den Löffel rein. Ekelhaft. Große Zahl, hohe Zeit weiter. Gebt ihr das, guck mal. Also ich muss jetzt bis sieben nachmachen. Und dann auch scheiße, jetzt muss man dir auch an Yaku geben. Du musst die Mütze fünf Minuten tragen, wenn sie einmal wieder bei Flo ankommt, gibt es nochmal 50, glaube ich. Das war schon 40. Ich muss hier übrigens mal als neu dazugekommener den Geruchsbestand einordnen. Es riecht leicht nach Tierkäfig. Also ich muss tatsächlich sagen, wenn ich in diese Richtung gehe, da riecht es nach Puma so ein bisschen. Was ist das hier für ein Tier? Hier? Na hier ist es so ein bisschen irgendwas mit... Makake! Welches Tier riecht nach Käse? Keine Ahnung. Der Käsebärd! Nein, ich mache nicht das Fenster aussieht, weil es würde die... So, Waluigi, kannst du vielleicht mal was machen? Mach mal, mach mal, mach mal. Okay, dann pegeln wir alle ein bisschen down. Dank Yaku, dass du uns alle beleidigt hast. Schöne Grüße an Joel Merino und Niko Niesen. Niko Niesen. Spielt eine Runde lang über Kopf und ich packe nochmal 3 Euro drauf. Wenn Frodo dann noch Highway to Hell singt, gibt es nochmal 3 Euro. Also aufm Kopf und ich sing Highway to Hell. Okay. Ich kann aber die Stoffe grad gar nicht... Okay, ich tue einfach so, als wenn ich Brian... Dingsbums. Brian Gosling! Brian Gosling! Kleiner schwarzhaariger Mensch. Mit so einem Unterkiefer. Brian Gosling ist halt super cool. Oh, scheiße! Würfel mal nicht so eine hohe Zahl, bitte! Makake, du kommst jetzt an mir vorbei, ne? Ich komme, glaube ich, an niemanden vorbei. Ich wollte nur gucken, wie der funktioniert. Ja. Naja, stand ja da. Gut, bis zu mir kommst du nicht. Hahaha! Alter, echt jetzt? Hä? Das verstehe ich immer nicht. Ich dachte, da steht jeder Spieler, der an mir vorbeikommt. Ich dachte, ich lege den da hinten. Das habe ich am Anfang auch gelesen, aber ich glaube, da steht... Geh mal drauf, bitte. Ich glaube, da steht jeder an mir vorbeikommt. Auf deinem Weg. Ach, nee. Ich habe das vorhin nämlich genauso wie du verstanden. Echt? Das habe ich völlig falsch verstanden. Wie geht denn jetzt? Du bist... Du bist zwischen... Was? Wahrscheinlich nicht. Frauke. Ich habe keine Ahnung. Vor allem... Woher hat Frauke meine Telefonnummer? Was? Und warum hat Frauke... Wieso Frauke... Woher weißt du, dass sie nicht per Telefonnummer versucht zu erreichen? Weil sie nicht einfach verhindert sich so. Oh, geil. Ja, genau. Dann kommst du ja zu, Bausa. Gib doch einfach meine Nummer in den Chat. 0178. Deine Mama. 0190. 0190. Warte, spielen wir jetzt auf dem Kopf? Kannst du sagen? Ja, würde ich sagen, oder? Aber nicht Kopfstand, sondern wir spielen nur Kopf über. Nee, warum denn? Weil wir ein Geld dafür kriegen. Jetzt zieh! In fünf Minuten gibst du diese Mütze bitte... Weiter. Aber einfach mal an. Fünf Minuten. Ja, okay. Was spielen wir auf dem Spiel? Äh... Warte, warte, wir lesen erstmal, was wir machen müssen. Oh, scheiße. Das kriegen wir im Leben nicht gebacken. Regeln. Sammle alle 50 Bälle deiner Farbe ein. Kimmere dich nicht um die Bälle, konzentriere dich auf die Steuerung, bewegen und springen. Warte, wenn ich einfach die Controller so umgehe? Ja, lass mal lieber invertiert spielen. Ist das für dich auch okay? Oh, zocken. Jetzt muss ich erst wieder spenden, damit er was sagen kann. Schlecht. Was? Ich mach gerade ein Rapcover von Anti-Held. Ey, das hab ich schon mal umgelesen. Ach, Prayer Mode. Alles klar. Ja, da bin ich drauf gespannt. So. Sorry. Machen wir das jetzt so rum? Echt? Ja, wir machen jetzt statt auf dem Kopf so rum und wir singen aber dafür alle Highway to Hell, soweit wir es hinkriegen. Okay. Ich kann nur Highway to Hell. Ja, dann machst du erst... Warte, was ist meine Farbe überhaupt? So ist jetzt hab ich her. Und... Mach weiter! Ah, du das boh, das boh, das boh. Weil, dassal. I love your party I love your party I love your party I'm on the high way to hell 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 Sorry, so hard loud Deine Kopfhörer blicken Sie werden demnächst auf Das ist wirklich meine Kopfhörer Ich komme nicht auf meine letzten Bälle Komm klar auf deine Bälle Wir spielen übrigens jetzt quasi indirekt auf den Kopf Ja, wir spielen jetzt wirklich auf den Kopf Weil wir halten die Controller falsch rum Das ist eigentlich noch viel schlimmer Alles absolut furchtbar ist Ganz ehrlich, ich verkacke nur Hä? Die restliche Kinder wird erst gelesen Mit 10.000 Euro Nein, da springt ihr doch mit drauf Du hast doch wirklich wohl noch mal gar nicht erkannt, wenn du das findest Ich glaube, ich habe die gelben Ich glaube, ich gewinne gleich Nein! Echt? Nein, bei 141! Ja, deswegen sage ich, ich meine doch gerade Ich glaube, ich gewinne gleich Scheiße Ich hoffe, das hat jetzt gereicht Ja, das geht doch nicht Ja, doch Wann ich das ziehen? Ja, wenn diejenigen, die das Konfetti, die das Konfetti-Werten weggucken, dann kann ich es auch scheiße Das ist ja auch scheiße Das ist die gute Die gute Gute Das lebt doch Das ist irgendwie Das ist irgendwie Ja, ich gehe davon aus So, jetzt ist ja wieder decay, oder? Ah, wieso? Frank-Finders Ne, es ist immer noch Bowser, hä? Ist nicht einer auf dem... Nee, es war noch keiner bei Bowser Ach so, scheiße, stimmt Da muss ich was Kleines, was Kleines wofen Ey, lieber minus 3 als auf dem Bowser-Feld, sage ich immer Wieso, da gibt der einen Stern? Was ist die denn? Stand doch doch Das halte ich für... Für nicht richtig Wenn wir damit fertig sind, mit dieser Runde, dann spielen wir mal Twisted Metal und stellen die Playstation wieder auf AD. Was? Für Highway to Hell schlechteste Version E4 aber auf jeden Fall. Achso, sie fand die Version nicht so gut? Achso, schlechteste Version E4. Oh Mann, E4. Ja, bei E4, ich erwarte, dass da eine Null steht. Ach, nö. Steve, du darfst die Mütze weitergeben. Felix, der klaut den Stern. Bis wann musst du denn? Wieso klaut der mal in Stern, dieser Scheiße? Steve musst dir gleich die Mütze geben. Du musst sie dann 5 Minuten tragen, dann an Robin abgeben. Und dann wieder an mich. Und dann danach, weil wir dann... Jaco hatte sie doch schon, oder? Achso, ich würde sagen, wer im Raum ist. Vorhin war Jaco im Raum, dafür ist jetzt Felix klar. Das ist so ein geiles Bild. Ja, absolut. Sekunde, bevor ich weiter mache, brauche ich davon Bild. Jo James fragt, weißt du mal... In die Dosen aus dem Zoo. Lebt mein S2 noch? Jo James, kennen wir... Oh, schau mal so! Ding, 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 ding! Ding, 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 ding! Hallo! 200 Euro von... Anila, und ich lese vor. Hi, finde die Aktion voll geil und cool, dass sie sowas macht. Ein kleiner 3. Ich freue mich schon, meine Helden, die mir immer in meinen schwierigen Phasen geholfen haben, zu treffen, musst du nach Berlin kommen. Okay! Komm nach Berlin! Applaus! Und wir sind jetzt bei 8.316 und 12. Das ist offiziell mein Krepelherz. Ich muss sagen, jeder von euch gespendet ist mega geil. Egal ob 1 Euro oder 1 Euro. Steve, die Mütze bitte! Mütze an Felix! In 5 Minuten bitte an... Was war das für ein guter Wurm! Ja, absolut! Ich bin sehr begeistert! Ich habe ihn auch gesehen! Sock dir eigentlich auch mit Zuschauern! Borderlands werden wir nicht spielen können, aber wir spielen dann jetzt mal für Battlefield! Das wird großartig! Also... 4 Eingänge, Compiling Spots, 42 Guards und 4 Alarmes. Äh... Ja, genau! Er passt halt zu den wertigen Typen auf den Bildern. Aber er kann nicht mehr... Oh, geil, dass ihr schon wieder nach hinten gesetzt werdet! Du stehst nur noch 2 Fälle vor ihm! Und jetzt stehe ich nur noch 2 Fälle vor ihm! Egal nicht nur 1, oder ne? Mit 2 Löffel! Oh, ist das schön! Sehr, sehr dankbar! Sehr, sehr dankbar! Ich habe zu danke dir! Viel Liebe! Hey, Buh! Oh mein Gott, du bist mein Buh! Was? Abgesetzt! Was ist das? Das ist eine ganze Familie Recipe! Ich werde Skalien-Bade machen! Was ist das? 2 vs. Skalien-Ketchup! Ja, stimmt! Skalien-Ketchup! So, Regeln! Butter! Es gilt, die Garnierung an den richtigen Stellen zu platzieren und so am schnellsten 2 Kuchen nachzubilden! Wenn du Garnierungen an den Pfadsteller ablegst, musst du sie erneuert nehmen und richtig platzieren! Blasfini-Deckel fehlt auf der Konsolen! Ey! Keine Ahnung! Nein! Machen wir doch gar nicht! Garnierung ab, B ablegen! Was? Ist A nehmen? A oder B? Nein, nein! A ist nehmen! A-B! Echt? Ja, und das eine dann statt unten aufnehmen und ablegen! Achso! Okay, den Kuchen müssen wir nachbauen! Wie, den müssen wir nachbauen? Den müssen wir nachbauen! Den müssen wir nachbauen! Jetzt verkackt ihr nicht! Mit wem bin ich jetzt? Hier! A-B! Das muss rechts oben hin! Schau mal! Wie? Wie? Wie denn? Wie denn? Nee, kann man nicht! Macht er automatisch! Wenn es passt! Äh, macht er! Okay, die Runde noch! Jules? Wer ist denn in meinem Team eigentlich? Ich bin Till Schweiger! Hey, hallo Till Schweiger! Jules, du? Ja, hol ich ab! Yes! Alter! Aber wir müssen noch einen machen! Wieso? Oh! Okay, Jules, komm! Oben links! Ich, ich mach dich nicht hin! Was soll das für ein Kuchen sein, Alter? Ja, warte mal! Das ist ein Speed! Yes! Warte, ganz gut! Kannst du mir einen High-Five so geben? Lass los! Ah! 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 Okay, warte! Äh! Fallen lassen! Ja! Eins! Zwei! Ich muss gerne sehen! I knew it! Super Aktion! Immer weiter so, Jungs! Super Aktion! Immer weiter so, Jungs! Und jetzt, äh... 11 Euro, 11 und 11... 11 Euro, 11 und 11! Ich freue mich schon auf einen langen Abend mit euch! So, Würfeln! Hat sich der potenzielle Fall gefeldet? Nee, noch nicht! Hinschauen soll! Dreimal rum! Ach wohl! Ich überlege, ob ich probiere, eine Eins zu würfeln! Weil dann komme ich nach... Alright!